Servus, wir sind jetzt hier in Raststedt, das ist mein Kollege Abo. Servus, na alles klar bei euch? Geht's euch gut? Bestens, bestens. Ich zeige euch mal die Autos, wir wollen nicht viel reden, guckt euch einfach mal die dicken Dinge an. Geh mir raus? Ja, auf jeden Fall. So, komm nochmal. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Also ich bin 23 Jahre alt, aus Somalia und Sportler natürlich. Der Sportler. Laufen wir weiter, gucken wir uns was machen. Das kann ein bisschen dauern, ne? Das kann ein bisschen dauern, zeig ich mal Abo. Und, seht gut aus? Du siehst wie ein Sportler. Echt? Du bist ein Sportler, oder? Ja, tatsächlich. Nationalspieler. Pass auf hinter dir. So. Und jetzt, Leute, seid darauf gefasst, was auf euch zukommt. Boom. SL65 AMG. Wie viel PS? 730 PS von AC Performance. Geh mir bis weiter nach rechts. Boom. TL500. Solle brachiale Anlage, übel. Geh mal vor, geh mal zu dem C63. Weil, hast du, wir haben noch ein C63. Guckt euch das mal an. Super Ding, oder? Guck dir mal die Felgen an. Guckt dir mal die Felgen an. Ist der nicht vorne aus? Der sieht hammer aus. Wir warten jetzt auf den Besitzer. Das ist bei AC Performance in Radstätte. Und dann geht ein bisschen Gas, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Guckt euch das mal an. Komm mal her. Die Autos, die haben Schmuck. Das sind Swarovski-Steine und Louis Vuitton und sowas. Ja, guckt euch das mal an. Wenn man hier so reinguckt. Einfach Wahnsinn, oder? Jetzt gehen wir mal zum SL65. Da vorne seht ihr die AC Performance. Das sind mit Edelstein. Sieht da wohl geil aus. Wie gefällt es auch? Wir werden jetzt ein paar Fahraufnahmen machen. Gucken wir dann, wie es wird. Vollgas, oder? Vollgas. Peace. Und jetzt filmst du. Als Aufnahme, gell? Ja, genau. Und wenn du jetzt so hältst, die Hand hoch, guck. Jetzt kannst du auch selber ein bisschen Bock, wenn du Bock hast, bist du... über die Autos legen. Und noch was. Wir müssen ein bisschen das Kohlen nicht lassen. Sei locker. Ja, also man merkt so dieses... Sei einfach du selber. Guck mal, so wie wir jetzt sind, das sollte die Aufnahme sein. Vielleicht machen wir das sogar rein, weißt du? Alles klar. Wenn du Bock hast, mach wie du Bock hast. Wie ist der sexy, der von hinten aussieht. Ja. Also links CL500, rechts SL65 plus Umbau. Und vorne ist noch ein C63. Oh, 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 oh. Aber klar, geh lieber raus. Geh lieber raus, ja. Ja. Das ist auch ein wahnsinnig herrliches Teil. Wahnsinn, oder? Abo, mach mal die Musik leiser. Die ist voll in seinem Element. Ich glaub, der ist nach Hause. Nicht, dass er jetzt mit 300 Sachen hier durchballert. Ist das so einer? Okay. Jenga, du machst dann an. Du lässt es laufen. Und wenn er fertig ist, im Leerlauf ist, dann kannst du starten und dann legst du los. Oh, direkt geschehen jetzt. So, jetzt haben wir den CL500 hinter uns. Dieses Auto hat so einen krassen Sound. Das ist der Wahnsinn. Das wollt ihr gar nicht hören, aber das werdet ihr jetzt hören. Unglaublich. Das ist chromrotmatt laminiert Polierung. Sieht echt richtig geil aus. Das müsst ihr mal live sehen, wie das glänzt. Obwohl das matt ist. Guckt euch mal die Innenausstattung an. Alles Louis Vuitton. Alles Handarbeit von AC Performance. Ich finde, das hat was. Wirkt sehr professionell und es wirkt einfach total edel. Das gefällt mir richtig. Und jetzt lass einfach deine Lust, wie du hast. Ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Auf jeden Fall übervorsichtig sein, ich kenne das Auto nicht, deswegen will ich auch nicht übertreiben. Untertitelung des ZDF, 2020